Was ist eine Maxime? Ohne den Begriff Maxime ist der kategorische Imperativ von Kant schwer zu verstehen. Nehmen wir das alte Pfadfinderversprechen als Beispiel für eine Maxime. Ich will jeden Tag eine gute Tat vollbringen. Schauen wir uns diese Maxime genauer an. Ich will bedeutet, es geht um den eigenen Willen, nicht darum, dass man gezwungen wird. Es ist auch nicht gemeint, jeden Tag eine bestimmte gute Tat auszuführen, zum Beispiel die kleine Schwester in den Kindergarten zu bringen, sondern die gute Tat ist eben von Fall zu Fall verschieden. Außerdem handelt es sich dabei um ein Versprechen, eine Absichtserklärung, das heißt, es zeigt eine innere Motivation der Person, die diese Absicht bekundet. Zusammengefasst hat also eine Maxime im Sinne Kants diese Merkmale. Erstens, sie kommt von mir, das heißt, sie ist subjektiv. Zweitens, sie steht über den normalen, einzelnen Handlungen, das heißt, sie ist ein Prinzip. Drittens, sie zeigt mir, was ich will, das heißt, sie enthält eine Absicht. Andere Worte für Maxime wären Grundhaltung, Richtschnur, Lebensregel oder Verhaltensregel. Keine Maxime hingegen sind, heute gehe ich nicht in die Schule, hier handelt es sich um eine einzelne Handlung. Die Sonne geht jeden Abend unter, hier geht es nicht um das Handeln von Menschen. Es gibt viele verschiedene Maxime, weil es viele verschiedene soziale Situationen gibt, in denen wir handeln. Maximen sind, immer wenn ich beleidigt werde, beleidige ich zurück. Wenn ich die Möglichkeit habe, jemandem in einer Notlage zu helfen, dann tue ich das auch. Ich lasse mir von anderen nichts bieten. Zusammengefasst lässt sich sagen, Maximen beziehen sich auf eine nicht genauer festgelegte Menge von Handlungen. Ebenfalls sind sie subjektive Prinzipien des Handelns, die meine Absichten bzw. meinen Willen ausdrücken. Ob die Maxime im Sinne Kants eine gültige, das heißt anwendbare Maxime ist, das prüft man mit dem kategorischen Imperativ. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!